ja willkommen mein name ist der nirad und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of ziller wir sind nur im kolosseum überraschung ja jetzt einfach rein jetzt ein bisschen zu lang geworden finde ich ich habe die ganzen details auf klamotten hier angezogen vielleicht bringt das ja ein bisschen was da und anscheinend habe ich hier nichts höheres freigeschaltet also wenn wir das hier noch geschafft haben dann ist glaube ich ende das hat danach kommt direkt eine höhere stufe aber die welche ist wahrscheinlich nicht schaffen so für rohn habe ich noch ein level ab hier geholt weil er war wirklich kurz davor da habe ich auch auf screen einfach mal aufgelevelt ich habe nichts gelernt oder so einfach nur psyche zweimal erhöht mehr war da nicht mal 10 trank des lebens ok jetzt habe ich ehrlich gesagt ein bisschen panik da guckt ihr euch an so was kommt jetzt das kommt schon ganz so schon wieder nur du ich muss schon wieder gegen kämpfen halt strategie ich hätte die ganzen sachen ja verballern habe ich gerne doch immer ein auge drauf werfen was soll ich jetzt aber Windblade Aerial Fire Zack und Mission Guard Bei uns Final Fury Lass den Ring raus Oh du bist tot, was? Wie geil Komm nicht näher ran So, jetzt läuft das noch sehr gut Schon mal aufgetaucht Ne, okay Aua Mh Mh Du kannst erst mal rausgehen, finde ich Oh Gott Oh Gott Wir sind übrigens am Zubehör geändert Elvin hat jetzt hier so ein Wächter-Emblem oder Wächter-Emblem, was die Stärke von ihm erhöht Nein, so war das Zum Glück können wir ja nicht rausgehen, das wäre richtig Unfall gegeben Gnome Irgendwie treffe ich dich nicht so Okay Ja Ja Aber ja Und schon wieder ihr Bein Habe ich ja jetzt wirklich den Dings genommen Äh Anstatt Ne, schon gut So Machen wir erstmal das Ich hab kein was sagen Doch was war Hallo Äh Elvin Scharfe Strömung Ja Das hab ich mir gedacht So Dieses Buch übrigens Was wir für Juke bekommen haben Fand ich ehrlich gesagt richtig nützlich Soweit haben sich einige Angriffe hier wirklich in Elementarangriffe verwandelt Also mich jetzt aber frage Da kommt man für jeden Charakter so ein Bruch Wenn man Äh Klosterium im 1-Modus schafft Weil in Tales of the Abyss war es zum Beispiel So hat man Wenn man bestimmte Waffen bekommen hat Wenn man Äh Im fortgeschrittenen Einzelkampf mit jedem Charakter gemacht hat Okay Wer zum Teufel hat jetzt gerade Dingens eingesetzt Oh Verdammt Da fehlt noch was Nein Anmachen Ich hab gerade wieder Autoobjekt hier ausgeschaltet Mit vier Nein Was haben wir hinter uns Aua Also Was wollte ich jetzt sagen Ja Ich sage ich mit jedem Charakter in Einzelkampf Hier machen muss Klappt Aber Ich habe da gesehen Egal Ich kann es gleich mal zeigen Sag Ich darf jetzt für jeden Charakter hier irgendwie so eine So ein Fertigkeitsbruch freischalten kann Das wäre nämlich richtig gut Da wollte ich mal jetzt an wie die Mondfaust aussieht Mal bleib hier Anstatt so So Geil Ich bin aufgeladen Da sitzt man auch grab ein Geil Dann kann ich jetzt nicht den einen Effekt mal einsetzen Den normalen Effekt von Stil Bleib doch mal hier jetzt Boah ist der jetzt da runter Hey da geht auch die Riese Ich halte es nicht aus Boah nicht getroffen So geht es nicht wieder nach unten Ja klar Das sind so viele Logiklücken hier Wie gesagt ging Allergisch Wenn wir mal kurz Ja Kommt Bloß hätte ich hier nicht spame Guck dich mal an wie schnell das geht Boah guck dich dann an Scheiterhaufen Ach da ist dieser eine Angriff den dieser Drachau einsetzen Die Explosion Die erkenne ich doch wieder Fireball Stell ich mal vor Wenn ich die Wirkzeit nochmal Verringert Aua Verdammt Jawoll Elven gut gemacht Klappt noch Ich hab noch gedrückt Jawoll Stirb Gran finale Bin zwar irgendwie nicht ausgewichen aber ok So kommen wir Ich hab noch gedrückt Können ich nicht auch mit irgendjemandem verbinden Und klatsch 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 Aua aua Der Tonale kommt nicht von mir oder Au Ach du Kacke Und Scheithaufen Biams Rom bin ich eigentlich verdammt gut Sollten wir hier die magisch spielen Aber er ist so langsam Hey, was bist du denn? Mach ich ihn Er hat auf einmal guckt Ich bin alt man Oh Was macht ihr denn da? Warten Ich hatte ein bisschen Disco cool gewesen Oh Oh Webern bei Windauge Was? Okay Ging nicht weiß was ich mache Was zum Teufel Was zum Teufel Wie ist das Fiecht denn ab? Was zum Teufel Dann kommen die auf einmal Und machen uns fertig Feuerball Feuerball Schnell Schnell töten Oh Gott Geh weg 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 Hilf mir Auch Der blöde Wie auch Von Iva Erst Iva Und dann noch Sein Scheiß Video an Boah Oh nein Geh weg Geh weg Ja Bringst es natürlich voll Wir bekommen uns Um das Viech Erwin Ganz ruhig noch Los gehen Wenn du willst Oh Gott Oh Gott Nein Nein Elisa Wer war das Scheißbücher kommt hier Hey wir waren hier voll Oh Gott Nein Oh Gott Wir sind tot Nein 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 Geh Geh Weg Von Geh weg Von Elisa Leia Jude Komm her Ese Haupt Da Wir schaffen Das schon Oder auch nicht Und wie lange er braucht Um wieder aufzustehen Oh Gott Hängen Hängen Oh 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 Gelb Und komm her Ja Komm schon War das Scheiß Ich gehe immer auf Elise Und Layer los Hör auf Damit doch mehr sagt ich kenne auch noch klein wenn er dann auch er war gut gemacht leer was machst du dann komm her warum geht mir andere immer warum geht der auf den ich mich nicht konzentriere immer direkt auf die los elise hau ab wer noch gelacht wir jonglieren in ihr volle luft ich ging war ist jetzt gut danke ist auch mal aufgetaucht wenn ich gut hatte ja da du jetzt auch wenn man nicht auf mich losgeht einfach nix und ich verstehe was ich sage oh gott nein okay das reicht reicht die hälfte von euch ist tot was zum teufel wir sind sowas von tot haben wir auf wen gehe ich denn ja eigentlich alle verflucht statt wo kommt ihr auf einmal alle her ganz ehrlich man macht das da hinten und man nicht vielleicht tot ja ich würde mal sagen die strategie machen wir wieder an das war keine schmankerde und zwar das bestimmte kann stehen weil ich sag war auf wen soll ich mich hier konzentrieren ich nein er ist schon genug gegner übrigens kein ich glaube ich erst mal auf nachdem ist auch fässer ne das heißt eine aus symphonia glaube ich die können sich auch miteinander verbinden hey leck mich an allen möglichen stellen aber warte du gehst mir jetzt schon auf den nerven man kann sich ja nie im leben auf einen konzentrieren vor allem die versteht was ich sag natürlich bist du tot das gute ist wenn wir ein oder zwei von denen erlegt haben dann ist es nicht mehr so schlimm oder oder nee nee verdammt kann ich nicht auswechseln was sagt denn für eine scheiße ja auch hier kommt aber aua also was spinnst du komm ich verstehe was ich sag au 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 oh god nein wieso gehe ich da rein aua man hier ist überall was los ja selbst noch verbunden art sein ist klar jetzt die ganze zeit heimmittel oh god elise alter nein 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 oh vor allem ich überlebe hier die ganze zeit so boah er dürfte jetzt ein bisschen schaden anrichten oh final fury komm schon die ist leicht dran ich habe gelacht oh gott oh gott was war das denn der hat die apple abgebrochen wie geil final 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 demon chaos nein kein schwein verstehe was ich sage immer noch nein 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 was machst du da sag mal bist du übergeschnappt alle sind verwirrt noch ein wer nie zu lassen dass du da für diese los geht mein gott so ist es besser kommt schon mal eine ane genau neben was nein nix vielen hier ist sie jetzt schon wieder halt voll wertiger alt ernsthaft irgendjemand halte warte mal kann agri oder so heilen na gut, geh auf sie los ist gut, ist gut ist gut, Mann boah, ist das kacke, ey alter, ist gut so, lass mich mal was machen, danke irgendjemand heilt die wieder so, komm, im mondchaos platze, nein, nein komm schon, du bist jetzt dran war schon verreckt, Mann soll eine ist weg so, als nächstes kommt agri, dann glaube ich ich hab so das Gefühl, du kannst sie wiederbegeben ok, warum klappt das hier nicht ja toll, reicht nicht mehr für Dingens aber das war jetzt nicht so gut, ne weg nein ist jetzt mal gut winger kein Schweizer steht, was ich sag geschaffen hat aber irgendwie, wenn es so weitergeht so, wer ist anfällig gegen Wind du doch wie klar raus, Mann gut gemacht, wie's ist die beste oder typen zu viel aus erst mal was machst du da schon wieder ich sehe nichts ich sehe nichts wo bin ich was los mila kommen weiter weiter angefangen nicht schon wieder nein es versteht doch kein schwein was du sagst oh mein gott mann wenn man das nicht noch schaffen aber jetzt sieht noch gut aus ehrlich gesagt jetzt jetzt ist was lässt er mich hier machen Bleibst du hier, Mann Frau So, und jetzt Ich bin schon mal weg Ah, klar So, da gibt's die nächste So, ciao Ich hab Wind Ich habe Wind Windblade, Windblade Windblade, Windblade Windblade, Windblade Windblade So So, Ron Du kannst ruhig Dingens hier Irgendwas einsetzen Nein, renn weg Nein, der will, nein, der will die noch nicht hinter uns her Doch, der will hinter uns her Nein, das kommt er auch noch Okay, warte, 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 warte Jawoll, ich wusste es Ja, ha, ha, ha So, Stier Hab ich auch letztens ausgerüstet Hab ich das schon gesagt Ne, okay Boah, ich hoffe, der Part wird nicht ruckeln Weil der so lang wird Ist auch schon mal passiert Früher Aber jetzt haben sich ja die Zeiten geändert, oder? Oder? Oh, Gott Mein Angriff ist besser, hier Oh nein Er kratzt sich an seinem Bart Boah Der war knapp Der wollte doch gerade seine Dingens einsetzen, ne? Schon wieder Der will uns greifen Nein, schon wieder Oh, das war gut, Ron Hätte so einen Angriff hier rein aus Boah Ich hab ihn gerade angegriffen Blablablabla 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 Mahan Hier bei dem Verdacht Er hat nur seine Zunge verschluckt eigentlich Boah Jawoll Gut gemacht Ja, genau Du Dicker Klumpen Kannst dich so schnell bewegen Du willst dir daten erzählen Mah Ey, wie oft hat der jetzt seine scheiß Mysticart eingesetzt? So, komm her Power-Tripper Ja, 600 war gut Boah, der ist schon wieder in seiner scheiß Ist jetzt mal langsam gut Ist nicht mal eine Minute vergangen Boah, der hat die ganze Zeit nur Ausrufezeichen Überm Kopf Oh, die machen gerade Pause Was macht das? So Jetzt haben wir euch kaputt Oder? Ja Ich hab eigentlich Ding jetzt angesetzt Okay, machen wir einfach So, der ist jetzt weg Ne? Oh, final Frrrrrrrry So Ist nur noch Wingwall Und wer danach kommt noch irgendwas Ne? Was? Jo Jo Was? Und Tempestrike Ja Es war gegen Wind resistent Na warte Und zack Geht kaputt Danach noch irgendwas Geht kaputt Versteht, was ich sag Das war wirklich hart Wie erwartet von der großen Chameriade Ich verstanden Aber wir waren definitiv viel stärker Was? Du hast deine Chance da, Jude Oh mein Gott, das war Intens Ich kann nicht stoppen Ich will stärker werden Du kannst definitiv das tun Ah Meine Nerven So, wir haben die Chameriade erledigt Kein Ding Dieser fortgeschrittene Gruppenkampf findet mit Jules und Milas Team als Sieger ein triumphales Ende Das ist das Geheimnis eures Erfolges Das haben wir alles Mila zu verdanken Das stimmt nicht, ohne Albans beträchtliche Kampffertigkeiten hätten wir nicht gewinnen können Also wirklich hätte die kleine Elisa draußen nicht ihr Bestes gegeben, hätte ich keine Chance gehabt Oh nein, hätte Roan nicht auf mich aufgepasst, hätte ich gar nichts ausrichten können Ihr schmechtet mir meine Liebe in Wahrheit, wären wir ohne Leas harte Arbeit verloren gewesen Seid nicht so alber, wir haben nur gewonnen, weil Jude uns alle zusammengehalten hat Ähm, ihr sagt das, weil ihr mich beim letzten Mal beschwert habe, dass ihr alle dasselbe gesagt habt, oder? Naja, um ehrlich zu sein? Ich fürchte schon Verstehe, obwohl ihr aneinander scheinbar widersprecht, habt ihr alle wieder genau dasselbe gesagt Unser Team ist wohl wirklich einfach so Ah, mein Gott, 30 Minuten, so lange habe ich noch nie aufgenommen Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr gewonnen, als ihr euer Leben aufs Spiel gesetzt habt Kraftanteil im Buch mit der Gruppe 200 zur Fertigkeit verbundene Aktionen erhält Und 30.000 galt Yes So, ich will noch mal gucken Hä? Hä? Okay, da gucken wir auch noch mal irgendwann rein, aber jetzt nicht Erstmal leveln wir, mein Gott, die sind alle vom Level Up kurz Ähm, ja, mehr Fertigkeiten wieder, weil wir zuverzugt haben, braucht die Topf, okay Äh, mal hier KP und FP Und Elvin Was fehlt ihr, das hier? Illusionsangriff, ey Was ist das hier? Ja, meinetwegen Oder 2 1 Was? Mah Na gut Ähm, ja, Stärke super Verbundene Aktionen erhält das AZ-Maximum ein verbundener Partner halten in dieselben Effekt Hä? Hm Hm Okay Warte mal Welcher leichter Tier nehmen und statt Das hier Ne Wenn man genug Dinge hat, verdammt Äh 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 Das hier hat 12, was? Wieso kostet Peju 10 Hä? Warum sagt er das denn? Egal, wir haben wieder was erreicht Ich würde sagen, nach Bei Großmeister schauen wir im nächsten Part mal rein Und ja Dann würde ich sagen, das war's dann in diesem Part War ja Jetzt schon lang genug Ja super ey, 30 Minuten Und wir sehen uns ja dann im nächsten Part von Letzt bei Tales of Xilla Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage Tschüss Und dann wieder das Und dann wieder das Ich bedanke mich für's Und dann wieder die Deine